Ja, bitte nochmal großen Applaus, Alexandra Maria Lara ist nochmal hier, die Antonia aus und der Zukunft zugewandt. Dein Applaus. Ja, der Applaus spricht Bände, ein Film, der einen nicht so leicht jetzt übergehen lässt in das. Du hast jetzt den Schluss nochmal geschaut und der bedeutet dir so viel, dass du sagst, der sticht so aus deinem Werk heraus, dass das für dich ein sehr, sehr wichtiger ist. Erzähl uns ein bisschen, was macht es jetzt, diesen Schluss nochmal zu sehen, diese Frau und dass das eine reale Geschichte ist, verstärkt dieses Gefühl natürlich noch zusätzlich. Ja, ich meine, es war jetzt, ich habe gedacht, vielleicht ist es besser für den Talk danach, irgendwie, weil ich das eben immer noch merke, wir haben diesen Film 2018 gedreht, wir haben 2023 und ich kann ihn nicht sehen, ohne mich davon so zu lösen. Und ich merke das selbst in diesen letzten Minuten jetzt, das legt sich sofort irgendwie diese Schicksale dieser Menschen und das hatte ich ja, glaube ich, vorhin auch schon versucht anzudeuten, aller, aber auch die Absurdität dahinter, das ist einfach, ich finde, das hat er eben so unglaublich eingefangen, unser Regisseur, der Bernd Böhlich. Und das kann in meiner Erklärung nur damit zusammenhängen, dass es eben übers reine Filmemachen hinausging und ein Anliegen, ein echtes Anliegen war, ja. Auf seine Weise ist dieser Film ja auch ein echtes Solitär, weil ich kenne keinen anderen Film aus der deutschen Filmgeschichte, der die Anfangszeit der DDR so eindrücklich und so authentisch wie von vielen auch, die es miterlebt haben, erlebt haben, umgesetzt haben, weil eben dieses Eisenhüttenstadt, wo das gedreht worden ist, so eine Art Freilichtmuseum ist, ne, so. Das war eine neue Welt, ja, und die standen natürlich auch, man fragt sich ja auch immer, wenn man rückblickend auf Geschichte guckt, ja, und nicht nachvollziehen kann oder denkt, wie kann es sein, ja, wie kann es sein, dass die Menschen sich in die eine oder in die andere Richtung haben lenken lassen, aber wenn der Mensch auch irgendwie Hoffnung braucht und Bestärkung und dann kommen auch Menschen an die Macht oder denen man das so gerne glauben möchte am Anfang, dass das für das Richtige ist und für was Gutes, ja, das leider basierte die ganze Idee auch auf vielen Unwahrheiten, ja, und die sind natürlich dann den Menschen später auf die eine oder andere Art und Weise um die Ohren geflogen, aber das ist so nachvollziehbar und so verständlich und der, der, der Bernd Böhlich, unser Regisseur, das war wirklich, also es waren, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, entweder hatte ich 24 oder, ich glaube es waren 24 Drehtage und das war wirklich wie ein Geschichtsunterricht, ja, und der hat uns da immer, auch als er uns zum Beispiel diese drei Frauen erklärt hat, ja, und da stand ich mit diesen wunderbaren Kolleginnen am Set und der hat gesagt, das sind drei Frauen, die hätten im wahren Leben null Berührungspunkte, keinen Schnittpunkt, das wären drei Frauen, die wahrscheinlich niemals Zeit miteinander verbringen würden, waren aber eben in diesen horrenden Bedingungen gemeinsam im Gulag zu unschuldig eingesperrt, ja, und da passieren eben so Dynamiken und dann sieht man ja auch an diesen drei Frauen, wie unterschiedlich sie reagieren, die eine ergreift sofort ja, zack, die Flucht, die kann gar nicht, so schnell kann man es gar nicht aussprechen, dann ist sie schon weg und die andere ist eine Mutter und eine Mutter, die hofft, dass ihr Kind überlebt und einfach wahrscheinlich nur irgendeine Art von Normalität wiederfinden will, plus der Hintergrund mit dem Vater, den sie geliebt hat, der an den Kommunismus geglaubt hat und so weiter und dann diese unglaubliche Rolle von der Kaolin Eichhorn, die ja auch eine geniale Schauspielerin ist, die so an diesem Schweigen und an dieser Schweigepflicht, die sie plötzlich hatte, krank geworden ist und jeglichen Lebensmut verloren hat und sich dann sozusagen angefangen hat zu trinken, das Stillschweigen wegzutrinken. Und wenn man das so hört, das war einfach, ich kann es nicht sagen, wir waren da alle, wir waren wie vom Donner gerührt, als wir diesen Film gedreht haben, ja. Der Film hatte den Arbeitstitel Warum mit einem Fragezeichen, was ich ganz spannend finde, weil eigentlich ist er das beste Beispiel über diesen krassen Geburtsfehler der DDR, dass das, wofür die immer gekämpft haben, schon mit der ersten Sekunde an eigentlich nie realisieren lassen sich konnte, weil eben man nicht vertraut hat. Aber es gibt so viele Warums. Das fand ich so toll, das habe ich vergessen, dass Peter Kot in dieser irrsinnigen Szene, wo er mir sein Holzbein zeigt, der aus einer ganz anderen Perspektive kommt, dass er mich anguckt wie so eine verrückt gewordene und fragt, warum meine Wahrheit jetzt so wichtig sein soll in diesem viel größeren Kontext. Und auch sein Warum und diese Warums, glaube ich, ich hätte es so geliebt auch, ich war sehr traurig, ich finde das irre, dass du das schon wieder weißt, Urs, was du alles weißt. Also wirklich unglaublich, der hieß tatsächlich im Arbeitstitel Warum und ich fand diesen Titel unfassbar gut. Und dann haben wir ihn nochmal geändert und der Zukunft zugewandt, was übrigens die zweite Textzeile der DDR-Nationalhymne war. Aber ja, warum liegt viel auf dem Film mit drauf, glaube ich. Diesmal will ich das Gespräch nicht alleine führen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, komme ich mit dem Mikro zu Ihnen und warten Sie immer bitte wirklich kurz, bis ich da bin, weil wir das aufzeichnen. Ganz pragmatisch zu der Filmkulisse. Das wirkte auf mich alles so sehr geleckt. Ich meine, es war 1952, da lag ja noch wirklich ab Deutschland in Trümmern. Man konnte ja an sich keiner auf die Straße gehen, ohne zerstörte Häuser noch zu sehen. Und es war alles sehr, sehr proper, also alles schön angemalt und so. War das bewusst so clean gehalten als sozialistische Idealwelt schon? Ich habe das jetzt gar nicht so clean empfunden, aber tatsächlich ist Eisenhüttenstadt, also die Hauptlocation sozusagen, bis auf jetzt den Hof meiner Mutter, der zum Beispiel nicht so geleckt wirkt, finde ich, genau. Ja, in Eisenhüttenstadt, also da, wo wir sozusagen diese, wo wir gedreht haben und wo wir erzählen, dass diese drei Frauen diese unglaubliche Chance erhalten, ihrer Gefangenschaft zu entkommen und nochmal neu beginnen zu dürfen, da sah es meiner Meinung nach ziemlich genau so aus, wie wir das hier gesehen haben. Und das war ja auch der Anreiz sozusagen. Wir bauen hier eine neue Welt und das, und die sieht so aus. Und hier sind schöne Wohnungen und, ja. Und da vielleicht noch ergänzt, Bernd Böhlich, ich hatte ein Interview von ihm gesehen, der hat dann gesagt, das ist tatsächlich quasi das größte Freilichtmuseum der Welt. Also wenn Sie mal die DDR aus der Anfangszeit konserviert erleben wollen, in Eisenhüttenstadt, hat man sich darauf bedacht, dass das eben genauso erhalten bleibt und dort wurde jetzt auch gedreht. Und deswegen, gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Gerne auch generell, vorhin haben Sie ja keine Fragen stellen dürfen. Mein Fehler. Gibt es noch was, was Sie von Alexandra Maria Lara wissen wollen? Ja, ich komme zu Ihnen. Ja, das holt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus, aber dieser rumänische Bezug, also warum dich das jetzt so beschäftigt, das würde mich halt so ein bisschen interessieren. Ja, das ist eine gute Frage, weil, ja, warum eigentlich, ich weiß es gar nicht so genau, ich bin eben auch mit einer Geschichte groß geworden, ja, mit der meiner Eltern. Und es war eben auch so, als wir, ich war viereinhalb, als wir nach Deutschland gekommen sind und ich glaube, ich bin 1992 nach der Revolution das erste Mal mit meinen Eltern zurückgekehrt nach Bukarest in die Heimat. Ich spreche beide Sprachen und ich kenne natürlich auch nur im Detail die Geschichte meiner Eltern, ja, diese vielen absurden Geschichten, die meinen Eltern widerfahren sind, die sie erlebt haben, um einen kurzen Einblick in eine einfache zu geben. Ja, mein Vater war ein wunderbarer Theaterschauspieler und hatte dadurch diese privilegierte, außergewöhnliche Möglichkeit, das Land auch mal zu verlassen, nicht am selben Fleck zu bleiben. Etwas, was wir heute hier als vollkommen selbstverständlich, wenn wir morgen den Zug nach sonst wo hinnehmen wollen, dann nehmen wir den und das ging eben so nicht. Und mein Vater ist mit seinem Theater, mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf Tournee gegangen und er hat gesagt, wenn er das gemacht hat, wenn er in Tel Aviv war, wenn er die Welt gesehen hat, die freie Welt, um dann zurückzukehren nach Bukarest, wo sich alles so anders angefühlt hat, dann ist das was, was er nicht ablegen konnte. Er konnte dieses, wie wenn man geködert wird, ja, wie wenn du so einen kurzen Schimmer von Freiheit erahnst für dich selber und trotzdem nicht das Recht hast, so zu leben, wie es dir als freier Mensch gestattet sein sollte. Mit solchen Geschichten und solchen Gedanken bin ich groß geworden. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, ohne wirklich näher erklären zu können, warum, und obwohl es sich um ein anderes Land handelt, habe ich das gelesen und habe gedacht, ich kenne, ich verstehe den Schmerz dieser Figuren. Nicht nur meiner, denn ich habe ja eine überzeugte Kommunistin gespielt, meine Eltern waren eher weniger überzeugt vom Kommunismus, die sind geflohen und trotzdem konnte ich mich eins zu eins, hatte ich das Gefühl, in diese Personen einfinden. Und erstaunlicherweise hat mein Vater diesen Film, mein Vater ist dann leider krank geworden und ich habe mir das, ich habe in so einer Übersprungshandlung meinen Regisseur angerufen und habe gesagt, Bernd, ich wünsche mir das so sehr, dass mein Vater diesen Film sieht. Und dann haben wir den gesehen und ich glaube, da waren wir viel weniger als heute hier in diesem Kino. Ich glaube, wir waren 20 Leute oder so. Und mein Vater, der eben Rumäne ist, nicht in der DDR groß geworden oder in Westdeutschland. Und mein Vater hat eine so starke Reaktion auf diesen Film gehabt. Der ist aus seinem Sitz hochgeschossen und ich bin erstarrt, ehrlich gesagt. Ich habe mich so erschrocken über die Reaktion meines Vaters, das passiert ja jetzt nicht so oft. Du weißt, Urs, dass jemand im Kino einfach ausspringt und irgendwie reagiert. Aber da gibt es eine tiefe innere Traurigkeit vielleicht nicht, aber ein Verständnis gibt es da irgendwie. Ich kann es leider nicht besser erklären. Danke für die Einblicke. Hier gibt es die nächste Frage. Ich finde eigentlich den Begriff Traurigkeit schon richtig, weil es hätte ja auch anders ausgehen können. Und ich wollte jetzt etwas fragen. Ich sehe den Film das dritte Mal als Pressevorführung. Ich habe auch darüber geschrieben und habe ihn im Kino gesehen und jetzt eben. Und vorhin konnte man ja nichts fragen. Und das tue ich jetzt, weil es mir wirklich wichtig ist. Ich habe bei der Filmauswahl im Nachhinein mich gefragt, warum sind keine osteuropäischen Filme dabei? Nicht nur russische, das ist im Moment… Ich hätte einen rumänischen nehmen können, ne? Ja, aber auch vor allem Polen. Die haben so wunderbare Filme. Da würde mir jetzt eher ein rumänischer einfallen. Ist schon klar, aber mir geht es jetzt überhaupt darum, Osteuropa, weil ich, ich bin schon alt. Ich habe zu einer Zeit hier Osteuropa-Filme gesehen, als eigentlich Antikommunismus war. Heute haben wir keinen Antikommunismus, aber wir haben die Filme nicht mehr. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass es so, wie das allgemeine Publikum, ziemlich englischsprachig als Schwerpunkt eben ist. Keine italienischen, keine spanischen und so weiter. Und das hat mich dann total interessiert, wie sowas kommt. Naja, also das kommt halt so, wie es kommt. Ich habe halt die Fragestellung, ich habe es ja vorhin eigentlich versucht schon zu sagen, ich hätte auch zehn andere Filme wählen können. Auch wenn ich auch polnische Filme, ich habe mit einem wunderbaren polnischen Regisseur, mit Andrzej Jakimowski, einen Film über Blinde gemacht. Ein Traum. Ich kenne auch meine griechischen Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe wirklich großes Glück gehabt, auch, dass ich über den Tellerrand sozusagen hier hinausgucken durfte und überhaupt die Chance bekommen habe, in Frankreich zu arbeiten, in England zu arbeiten. Aber dann habe ich es nicht, ich habe mich von meinem Gefühl leiten lassen. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach die zehn Filme, an die ich jetzt 2023 denke, nachdem ich mit Urs Spörri so schöne E-Mails hin und her geschrieben habe und habe mich für diese zehn entschieden. Aber es hätten tatsächlich auch andere sein können. Aber ich frage mal kurz nach, ein konkreter Rumänischer, die ist dir sofort in den Sinn gekommen gerade? Ja, es gibt einen wunderbaren Film, der heißt, ich weiß nicht wie er auf Deutsch, heißt The Death of Mr. Lazzariscu von Christy Puyo. Ein wunderbarer, ein schrecklicher Film. Ein schrecklicher Film über, schrecklich ergreifend, über einen alten Mann in Bukarest, der den Rettungsdienst ruft. Und weil die Situation, vor allen Dingen damals, als der Film gedreht wurde, so verheerend war, wartet er und stirbt vor sich hin, bis überhaupt irgendwie Hilfe kommt und ihn in diesem rumänischen Krankenhausalltag mitnimmt. Tatsache wollte ich aber trotzdem wirklich einfach lieber Remains of the Day von James Ivory hier im Programm haben. Es ist einfach so. Absolut legitim, deswegen heißt es carte blanche. Das ist die nächste Frage. Ja, ich hätte noch eine Frage, allerdings jetzt nicht bezugnehmend auf den Film, sondern generell, weil ich auch vorhin die Möglichkeit nicht hatte, zu fragen, auf welche Projekte wir uns in Zukunft mit Ihnen freuen dürfen. Oh, das ist schön. Sei es im Film oder auch wir als große Fans der Serie You Are Wanted. Ja, schön. Ob sowas mal wieder angedacht wäre oder auf was wir uns freuen dürfen in der Zukunft. Ja, das freut mich total. Vielen Dank für die Frage und auch schön, dass Sie You Are Wanted erwähnen, weil auch ich habe sehr an der Serie gehangen und lustigerweise vor zwei, drei Tagen, ja, sehr gut, ja, ist leider auch irgendwie so ein bisschen hinten weggefallen. Ja, es ist eine Serie, wo der Matthias Schweighöfer Regie geführt hat, produziert hat und auch die Hauptrolle gespielt hat. Amazon Prime. Amazon Prime, ja, vielleicht gibt es die da auch noch. Ich gucke sowas immer nicht. Aber, ähm, äh, also ich würde total, ich würde mich total freuen. Ich würde sofort zu Staffel 3 zusagen. Ähm, aber ja. Aufschauen. Ja, ich hatte mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich erst mal diesem neuen Amt in der Filmakademie ein wenig gewidmet und freue mich sehr darauf, im neuen Jahr 2024 ein paar wunderbare Projekte zu drehen. Ein Film ist nicht finanziert worden, so ist das leider auch manchmal. Ich meine, hier in Deutschland ist es sehr, sehr schwierig, äh, die Filme zu finanzieren, manchmal. Und ein Film, von dem ich mir hundertprozentig dachte, dass ich ihn vielleicht jetzt schon mit Ihnen im Kino gucken könnte, wird leider erst nächstes Jahr gedreht. Aber, wenn alles gut geht, wird hoffentlich irgendwann wieder was kommen, ja. Danke. Aber daran anschließend eine Frage, die ich auch vorhin nicht gestellt habe. Was bedeutet denn eigentlich Kino? Weil du hast, äh, ja schon eine sehr große Leidenschaft, äh, auch zur großen Leinwand. Du hast natürlich eben auch die anderen Erfahrungen von Fernsehen über Serie gemacht. Was macht es anders? Gehst du da auch anders ran, wenn du weißt, es ist ein Kinofilm? Ja, also Kino ist natürlich der große Traum, ja. Äh, ich finde alle Formate legitim. Ich habe früher auch viel Fernsehen geguckt, ähm, wir sitzen manchmal auch abends im Bett und gucken in den Laptop, aber natürlich ist es so, und das weißt du wahrscheinlich, du als großer, äh, Kino- und Filmliebhaber, es ist natürlich vor allen Dingen dieses geteilte Erleben, ja, also dass man mit anderen Menschen, dass man sich von zu Hause weg begibt, dass man in einen Raum geht, dass die Lichter ausgehen und dass man dann gemeinsam auf so eine Reise geht und sich auf so einen Film einlässt. Ohne Ablenkung. Ohne Ablenkung, ohne Werbung, äh, ohne den Anrufbeantworter, ohne die Geschirrspielmaschine, die im Hintergrund surrt und summt, äh, das ist einfach was, wovon ich wirklich felsenfest überzeugt bin, auch wenn das Kino es nicht leicht hatte in den letzten Jahren und die Streamer natürlich, äh, eine Wucht haben, ja, und bestimmt auch eine Berechtigung, aber, ähm, wir müssen dieses Kino unbedingt, ähm, aufrechterhalten, weil, also sowas wie heute ist natürlich für mich, ich gehe glücklich und beschenkt nach Hause, ja, wirklich. Und, ähm, ich finde es toll, dass alle sich heute die Zeit genommen haben, herzukommen, ja. Es ist fast das Schlusswort, aber ich sehe noch mehrere Meldungen, deswegen. Ja, nochmal, erstmal, äh, vielen Dank für den tollen Film, hier bin ich. Ach, da. Ich habe ihn so das erste Mal gesehen und ich bin jetzt noch völlig, völlig beeindruckt, ja. War sehr authentisch und sehr beklemmend und mitreißend in der Hinsicht, dass wir, ja. Oh, danke. Ja, ich habe aber noch eine zweite Frage. Jetzt kriegen wir ja mit hier in Europa, dass in den USA gestreikt wird und das Thema Ihrer, Ihrer Kollegen, deiner Kollegen ist ja auch eine gewisse Sorge, dass eine KI eventuell, ja, etwas übernimmt oder die Arbeit als Schauspieler verändert. Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen hier im europäischen Kino? Ist das ein Thema auch für dich als Präsidentin? Das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Filmschaffenden beschäftigt. Und insgesamt habe ich das Gefühl, ich stelle mein Wasser doch nochmal kurz ab, insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir einfach sowieso in so einer Zeit des großen Umbruchs sind gerade, ja. Viele Dinge, die, und auch die technische Evolution geht natürlich immer weiter und immer schneller und die große Frage ist, ab welchem Zeitpunkt sie den Menschen vielleicht sogar auch anfängt zu überfordern oder uns vielleicht doch eher zu schaden in manchen Situationen als uns zu unterstützen, ja. Also das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Aber wie gesagt, deswegen, ich glaube, ich habe aber, es kann auch sein, dass sich irgendwann leider herausstellen wird, dass ich naiver bin als andere. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass sowas wie heute dann irgendwann durch irgendwas anderes ersetzt wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Schauspieler durch was anderes ersetzt wird als den Menschen. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwann keine Theaterbesuche mehr gibt. Ich will da einfach felsenfest dran glauben, dass es immer die Leute geben wird, die beim Original bleiben sozusagen, ja. Jetzt die nächste Frage. Hi, ich hätte mal eine persönlichere Frage. Wie ist es für dich, wenn du dich selbst siehst im Film? Siehst du dich? Siehst du die Rolle? Und wie ist es für dich und Sam, wenn ihr euch gegenseitig eure Filme anschaut? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist auch eine echt gute Frage. Ja, also ich habe noch nie, ich mache das jetzt tatsächlich, ich habe dieses Jahr 30-Jähriges sozusagen, ja. Ich gucke mich an und ich kann das auch. Und ich gucke mich natürlich kritisch an. Also wenn ich sozusagen das Gefühl habe, manchmal hat man ja auch keinen Einfluss drauf, ja. Ich ärgere mich natürlich auch, wenn dann irgendjemand im Schnitt oder der Regisseur oder wenn ich weiß, ich war vor Ort mit dabei und wir haben so einen tollen Moment gedreht. Und der hat es irgendwie dann doch nicht da reingeschafft, sondern ein viel langweiligerer Moment in meinem Ermessen, ist ja auch immer Geschmackssache. Dann gucke ich das, da achte ich natürlich schon drauf, ja. Dann jetzt heute, weil ich den Film einfach auch bestimmt zwei, dreimal gesehen habe, kann ich mit deutlich mehr Abstand drauf gucken und sehe tatsächlich mehr die Figur. Obwohl ich wahrscheinlich immer noch mit zehn Prozent auch überprüfe, ob ich mir immer noch glaube, was ich da mache, ja. Also ich glaube, das ist die Frage, die die Schauspieler so privat, also wenn man so in der Vorstellung sitzt und hofft, dass es bei den Leuten so ankommt, wie man sich das wünscht, glaube ich, fragt man sich schon auch immer, wenn man sich selber anguckt. Glaube ich mir das? Glaube ich mir das nicht? Warum hebe ich da die Stimme? Also so ein bisschen Überprüfung ist immer mit dabei. Sam, ich liebe das, ich liebe jeden Film von Sam. Also Sam ist einfach echt ein Lieblingsschauspieler von mir und Sam ist viel kritischer mit mir, als ich mit ihm. Ja, nein. Da muss ich doch einmal kurz nach oben eilen. Das will ich aufs Erste Hand hören. War da eine Frage? Du bist mein Lieblingsschauspieler. Und du bist ein Genie in diesem Film. Du kannst alles machen ohne Worte, nur mit diesen unglaublichen Augen. Und ich glaube, jedes Moment. Du kannst alles machen, was du willst, was du willst. Ja, danke. Es ist ein frees Land. Ja, frees Land. Genau, wie Alexandra gesagt hat. Ich glaube, jeder Schauspieler hofft und denkt, glaube ich, do I believe myself. Und also miss certain moments that you hoped were going to be there. Aber ich habe viele Freunde, wie Bill zum Beispiel, Alex, er kann, die gucken nie den Films. Ja, die gucken ihre eigenen Filme nicht. Würde dich denn reizen, Regie zu führen? Ja, sehr. Ich spüre es förmlich. Ich bin ganz kurz davor. Cool. Ja. Das freut uns. Ja, wirklich. Die Einladung steht jetzt schon. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage jetzt mal in der Funktion als Präsidentin. Und zwar seit dem Ableben von Bernd Eichinger habe ich so persönlich den Eindruck, obwohl wir in Deutschland die beste Filmtechnik haben weltweit, Kameratechnik, alles Mögliche, was es gibt. Wir haben tolle Studios, wir haben ganz tolle Künstler. Aber seit Bernd Eichinger jetzt als letzter großer Produzent praktisch verstorben ist, habe ich so in Deutschland den Eindruck, dass die richtigen großen Stoffe gar nicht mehr angegangen wären. Liegt das alles nur am Geld, dass wir das Geld nicht auftreiben können? Oder wie sehen Sie das als Schauspielerin? Vermissen Sie nicht auch diese Stoffe, wie jetzt beispielsweise der Untergang, der Badermainhofkomplex? Das waren ja alles richtig große Filme auf der Leinwand und ich habe so den Eindruck, auch die Bavaria-Filme kriegt in dieser Form nichts mehr zustande und so. Also was wir aus den 90er Jahren kennen oder sogar noch aus den 70er und 80er, das vermisse ich jetzt. Und ich habe die Befürchtung, dass wir die Produzenten nicht mehr haben in Deutschland. Ich habe den so, ich, auch sehr spannend. Du hast ja mit ihm den Untergang gemacht. Ja, und ich habe den Untergang mit ihm gemacht, aber natürlich auch bei den beiden Filmen von Doris Dörrie und war er ja auch der Produzent. Und ich habe ihn auch auf so eine besondere Art und Weise kennengelernt und schätzen gelernt. Und der war wirklich, das war, der war so, der hat Film so geliebt und gelebt. Ja genau, geliebt und gelebt. Das war Wahnsinn. Der ist beim Untergang und das war ein komplizierter Film. Da gab es 97 Sprechrollen. Also das gesamte Gewicht der Geschichte, aber eben auch dieses unglaubliche Ensemble und alles. Und der ist auch so ein Filmverrückter. Der ist auch jede Nacht noch vier Stunden, hat er sich die Muster angeguckt. Also und der hat gebrannt. Und der war klug und der wusste auch, wie man Dinge zum Laufen bringt. Glaube ich, dass das heute nicht mehr so ist? Tatsächlich glaube ich doch. Ich glaube tatsächlich, es gibt die Filme. Ich glaube, nur die Zeiten haben sich verändert. Ich glaube, dass Deutschland, dass es so tolle Filme hier gibt. Ich glaube aber, manchmal kriegen wir das Publikum gar nicht mehr so richtig was davon mit, weil es einfach immer noch mehr und noch mehr. Und durch die Digitalisierung, ja, durch dieses eben doch. Und die jungen Leute, ja, wir gehen noch ins Kino, aber man muss natürlich auch vor allen Dingen, deswegen ist Filmbildung auch so wichtig, eben natürlich für Kinder, für junge Leute, damit die dieses Erlebnis, was für uns so selbstverständlich ist, aber für die, ja, das ist mein Sohn, der ist neun. Das ist, und der war natürlich schon mit uns im Kino, selbstverständlich, aber da merkst du das, ja, ich meine, ich kann mich natürlich noch an die Zeit vor dem Handy erinnern, ja. Die war ja irgendwie auch ganz gut. Und deswegen glaube ich immer, weil ich sehe ja immer diese ganzen Filme auch dann spätestens natürlich, wenn es um die Auswahl geht beim Filmpreis und so, ja, da sind so viele Juwelen dabei. Ja, und dann das andere ist irgendwie so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass sich die Filmemacher in Deutschland durchaus noch einen Ticken mehr gegenseitig unterstützen könnten. Manchmal habe ich das Gefühl, es fällt hier so schwer, auch ein bisschen sich darüber zu freuen, was man schafft und ein bisschen stolz darauf zu sein. Und ich glaube, das würde sich nämlich wiederum aufs Publikum transportieren und würde vielleicht für noch mehr Begeisterung in den Kinosälen sorgen, ja. Also dem schließen wir uns total an, weil wir glauben, das Image des deutschen Films ist zu Unrecht so, wie es jetzt gerade ist. Wir machen seit 2005 diese Reihe, Was tut sich im deutschen Film? Film, wo jeden Monat ein herausragendes Werk angeschaut wird. Wir haben jetzt auf einer Homepage, was tut sich im deutschen Film.de, alle zusammengefasst. Und wenn man sich das anschaut, das ist wie ein kleiner Kanon. Und da glaubt man gar nicht, wie viele gute Filme da entstanden sind. Alles ist möglich, ne? Also genremäßig ist da alles dabei. Das kriegt noch keiner mit. Nee, ich weiß. Und auch bei denen zum Beispiel von der Deutschen Filmakademie gibt es auch wunderbar die First Steps. Ja, Nachwuchspreis. So, Nachwuchsregisseure und Talente, aber das sind natürlich Filme, auf die würde ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die komme ich jetzt von Berufs wegen. Aber das wären auch keine Filme, auch von denen ich jemals wahrscheinlich irgendwie mitbekommen würde, weil der Tag hat ja auch nur 24 Stunden, davon will man ja nun mindestens sechseinhalb auch schlafen. Ja, und außerdem ist ja so, 15 Filme pro Woche kommen raus. Ja, ja. Und da ist klar, ganz knallhart, wirtschaftlich gerechnet, nur die erfolgreichsten am Startwochenende bleiben danach noch drin. Und das passiert, dass wir 60 Prozent der deutschen Filme haben, die inzwischen gerade mal auf 5000 Zuschauer beim Bundesstaat kommen. Deutschlandweit. Also wo man sich fragt, warum gibt es diese Filme eigentlich noch außerhalb von Festivals, wo sie Preise gewinnen, wo sie gefeiert werden. So, und deswegen, das ist so das Verrückte, dass wir gerade eine Situation haben, wir haben eine enorme Qualität, aber wir haben irgendwie den falschen Weg, sie an die Menschen zu bringen. Und ich meine, da war natürlich jetzt auch noch diese Pandemie und alles. Ich meine, das Leben ist hart, wir müssen mehr ins Kino gehen, wenn es irgendwie geht, ja. Ja, aber lass uns gemeinsam für kämpfen. Ja, das machen wir. Das ist eigentlich dann auch schon tatsächlich das Schlusswort für diesen wunderbaren, langen Tag, der zugleich nur der Beginn eines großartigen Monats ist. Denn den ganzen Monat über werden wir Alexandra Maria Lara mit ihren Videobotschaften auf der Leinwand sehen, vor den Filmen, die sie ausgewählt hat. Und ich möchte nochmal von Herzen danken, dass du, liebe Alexandra, diese Reise auf dich genommen hast. Ich möchte mich auch bedanken. Dankeschön und danke Ihnen. Großen Applaus Alexandra Maria Lara, die Präsidentin der Deutschen Filmakademie und wunderbare Schauspielerin. Und Sam Riley, der heute auch mit am Start war, alles mitgemacht hat. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.